Ich habe mich getrennt, ja, aber warum, weshalb, geht keinem was an. Ich bin doch kein Mensch, der jemanden irgendwie schlecht macht oder ich würde niemals jemanden schlecht machen, mit dem ich unter einem Dach gelebt habe oder mit dem ich lange Zeit verbracht habe. Das macht man einfach nicht. Das macht man weder mit einem Partner, noch macht man das mit Freunden, noch sonst was. Das ist eine Sache, die man einfach nicht macht. Das gehört sich nicht. Was haben meine privaten Sachen in der Öffentlichkeit zu suchen? Oder mein Eheleben oder sonst was, das hat in der Öffentlichkeit einfach nichts zu suchen. Oder bitte, seid ihr so, wenn ihr zum Beispiel Eheprobleme habt oder Probleme mit Freunden oder sonst was? Erzählt ihr das einfach jedem? Nein, das macht man einfach nicht, weil es gibt sowas wie Privatsphäre. Du brauchst wieder so das Gefühl von Liebe und Wärme und Aufmerksamkeit. Dann kannst du irgendwann auch nicht mehr alleine sein. So. Klar, man braucht halt voll Zeit. Also ich brauche natürlich meine Zeit und so, aber, ähm, das ist ja nicht für immer. Bostolux, subscribe! Bostolux, subscribe! Bostolux, subscribe! Bostolux, subscribe! Bostolux, subscribe! Bostolux,-